Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Eis oder Prinzeps? Also ja, was Großes Böses. Ich bin unwürdig. Alles, was ihr wünscht. So, ihr kriegt mal eine kleine Heilung. Das sieht wieder unschöner aus. Ich bin unwürdig. Sofort, sofort! Oder marschieren die, die marschieren alle in die Richtung. Oh, ha ha ha. Oh, hei. Die Linien müssen halten! Meister! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Okay, zwei Eis oder Prinzeps, die können schon mal reinhauen. Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Was verlang ich dir? Danke! Okay! Gut! Jetzt können wir noch ein paar Truppen ausbilden. Die kosten halt viel Lenin ja, die Brander. Wir werden 250 wieder brauchen. Und wir können halt auch grad keins mehr sammeln, weil es noch nicht nachgewachsen ist. Oh, da versuchst du jetzt Eis oder Prinzeps in die Richtung. Hier bist du! Meister! Das Gebäude ist fertig! Die lassen sich leider auch nicht hypnotisieren. Was war leicht gemacht? Also drückt mit genug Feuerkraft, dass sie sich schnell downbringen. Fünf Brander noch. Und dann haben wir eine Armee, mit der wir mal was ausrichten können. Wie kann ich die machen? Ah, stopp. Also ja, dieser grüne, fette Strich hier ist eine reine Verteidigungslinie, ey. Wäre ich die Gegnerseite, ich möchte da nicht versuchen durchzukommen. Außer ich hätte Trolle. Oh, jetzt kommen auch Klingenweber. Hier bin ich sofort! Sofort! Wir sollten dann auch hier ein bisschen wieder verstärken. Hab Geduld, Meister! Oh, die kommen hier in die Richtung. Okay. Meister! Das ist leicht! Geht weg! Lass mich in Ruhe! Meister! Was verlangt ihr? Was verlangt ihr? Sie töten mich, Meister! Sie töten mich, Meister! Das ist ein Hinterhalt! Ich bin schon da! Ja! Die Linien müssen halten! Danke! Klingenweber sind zum Glück nicht immun gegen die Türme. Wir werden angegriffen! Oh, da kommt dann der nächste Ansturm. Ich bin unwürdig! Ich gehorche, Meister! Krieg! Ne? Ich habe hier Blut! Krieg! Probably! Weil Sie... Warum haben Sie vor? Warum? Warum haben Sie vor? Was ist Ihnen? Nehmt euch vor! Wieder Klingenweber. Die wollen aber wieder nach da oben Oh Ja Das Gebäude ist fertig Das sollten wir jetzt mal reparieren So, unser Ork-Titan Der kommt da rein Ich fühle sie Ich fühle sie Auf meinen Refehl Vorwärts Okay Sicherheitshalber und safe machen Nicht zurückweichen Für den Klan Bereit Folgt mir Für den Orden Die meinen es ernst Was liegt an Tote in Feinden Clanbrüder zu mir Oh da kommt wieder Nicht zurückweichen Hier Sofort Schnell Ach nö Das ist jetzt unnötig Mir nach Mir nach Kämpft Männer Wir werden angegriffen Wobei hier wird gerade wirklich kurzen Prozess gemacht mit denen Gegnern Krieg Auf meinen Befehl Schnell So Dann marschieren wir erstmal in die Richtung aus der Auf mein Zeichen Vorwärts Eisernen kommen Schnell Oh da kommt noch ein Prinzip Vorwärts Kämpft Männer Ihr könnt mich nicht besiegen Für den Orden Nicht zurückweichen Tote in Feinden Zu den Waffen Bereit In Deckung Mir nach Die meinen es ernst Tote in Feinden In Deckung Ja da kommen immer mehr an Gerannt Hier Clanbrüder zu mir Schnell Mir nach Vorwärts Sofort Okay Da Kommt ja Aufswelle Nicht zurückweichen Tote in Feinden Zu den Waffen Nicht zurückweichen Warum habt ihr mich gerufen Ein Gegenangriff Ein Gegenangriff In Deckung Zu den Waffen Nicht zurückweichen Clanbrüder zu mir Die meinen es ernst Clanbrüder zu mir Okay da ist Okay da ist er Der Prinzip Der stirbt jetzt gleich Bereit Clanbrüder zu mir Was Die meinen es ernst Ein Gegenangriff Ein Gegenangriff Die meinen es ernst Clanbrüder zu mir Ich habe hier Blut Nicht zurückweichen Oh Gott Oh Gott Kommt da eine Welle Tote in Feinden In Deckung Auf meinen Befehl Tote in Feinden Clanbrüder zu mir Ja Nicht zurückweichen Tote in Feinden In Deckung Tote in Feinden Tote in Feinden Tote in Feinden Tote in Feinden